Moin, 5.12 Uhr, die Nachrichten Schwerin, dem Nachrichtensprecher von Die Schweriner, wird vorgeworfen, dass er ein Gesicht macht wie drei Tage Regenwetter. Was heißt hier drei Tage? Fünf, sechs, sieben, acht und ein Ende ist nicht in Sicht. Schwerin, Weihnachten fällt ins Wasser. Das Wetter. Hier bei uns schneit's Weihnachten. Jawohl, genau hier. Sie werden ja sehen. Genug gejammert für heute. Weiße Weihnacht. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann abonnieren Sie uns.